Das ist Paul. Und er hat jede Menge Fragen. Bekomme ich einen Job? Ist er sicher? Kann ich davon leben? Finde ich eine Wohnung? Und kann ich mir die auch leisten? Wie steht es um meine Rente? Wo wird Paul bleiben im Strudel von Selbstoptimierung und Datenwahn? Die Fragen von Paul sind die Fragen einer ganzen Generation. Und wo sind die Antworten? Gemeinschaft? Fehlanzeige. Die digitalen Medien führen zu Vereinzelungen. Einerseits. Und Daten werden zur neuen Währung. Große Konzerne machen daraus ein Monopol. Wie weit geht ihre Macht? Wie kann ich mich dagegen behaupten? Und andererseits. Diese Generation fordert und übernimmt wie keine andere Verantwortung. Für Natur und Gesellschaft. Engagiert sich für Nachhaltigkeit. Lebt Sharing Economy. Die Welt im Umbruch. Und das Leben von Paul und seiner Generation zerrissen. Kaum Sicherheiten. Viele Fragen. Wie sollen sie ihren Alltag meistern? Welche Antworten finden wir auf diese Fragen, die uns alle betreffen?